Wenn ein Fisch sich bewegt, dann tanzt er. Das Leben ist ein Tanz. Ein müheloser Tanz. Es gibt ein kleines Restaurant ganz in der Nähe. Ich war noch nie dort, aber das Essen soll ganz gut sein. Und ich habe mich gefragt, hätten Sie vielleicht Lust, mit mir dort zu essen heute Abend? Wann? Um 8 Uhr. Gut. Gehen Sie gerne aus? Ich gehe nicht auf das Haus. Aber es ist schön, ab und zu mal rauszukommen. Ich gehe nicht auf das Haus. Ich gehe nicht auf das Haus. Das ist olar, was ich, der Dr Butter ooze aus Musik Musik